Weil im Intunesien die Todesstrafe droht, hat ein italienisches Gericht den Antrag auf Ausweisung eines mutmaßlichen Attentäters abgewiesen. Der Marokkaner soll an dem Anschlag auf das Bardo-Museum am 18. März mit 22 Toten beteiligt gewesen sein. Der junge Mann war nach seiner illegalen Einreise nach Italien im Mai verhaftet worden.